The key word for me is passion. Eines der größten Gefühle von Freiheit, die ich bis jetzt so erlebt habe. Winzerf-Profi werden, das war echt total mein Leben. Ich bin Bettina Kohl, ich bin 50 Jahre alt und ich hatte mal einen Traum. Und wie so viele von uns, habe ich den damals aufgegeben. Ich habe aufgehört auf meinen Bauch zu hören und ich habe mich selber beobachtet, wie ich immer tiefer gefallen bin. Also emotional ist mein Leben ganz klar eine Achterbahn. Totale Hochphase, wo ich echt denke, so tschakka und ich kenne auch echt diese Abstürze. An diesem wundervollen Ort hat meine Mutter sich das Leben genommen. Und dann kam das Stand-Up-Paddling in mein Leben. Das Tolle ist, es kann jeder machen. Es hilft auch Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, ob körperlich oder psychisch. Wir haben alle diese natürlichen Verbindung mit dem Wasser. Once you get past those inbuilt human barriers, and you make that connection with the sea, it's something that stays with you forever. Ende letzten Jahres war ich qualifiziert plötzlich für den World Cup. Ich will diesen Traum, den ich hatte, den werde ich nachholen, klar. Das Meer verbindet uns alle. Und wenn wir das kaputt machen, dann machen wir uns selber auch damit kaputt. Das Meer kann uns so viel zeigen und Menschen, die ans Meer kommen, kommen auch wieder in ihre Kraft. Aufgeben war keine Option.